Am vergangenen Wochenende lockte der nunmehr bereits 19. Frühlings- und Ostermarkt in die Zwickauer Innenstadt. Trotz des eher durchwachsenen Wetters herrschte reges Treiben auf dem Platz vor dem Rathaus. Zahlreiche Händler hatten eine große Vielfalt an österlichen Produkten im Gepäck. Neben Leckereien wie Osterbrot gab es Textilwaren, frische Blumen oder Ostergestecke. Während des Einkaufsbummels konnten sich die Besucher an verschiedenen Imbissständen stärken. Für kleine Gäste bot eine Fahrt mit dem Kinderkarussell eine willkommene Abwechslung. In der Mitte des Hauptmarktes war zudem ein ganz besonderer Hasenstall aufgebaut. Die Veranstaltung am Wochenende vor Ostern war der Auftakt zur diesjährigen Marktsaison. Weiter geht es am 30. März mit dem ersten Sachsenmarkt 2016.